Weit im Osten, hinter Gebirgen und Flüssen, liegt ein einsamer, einzelner Berg. Die Zwerge sind fest entschlossen, ihre Heimat zurückzuerobern. Ich schätze Besuch genauso wie jeder andere Hobbit auch. Doch noch mehr schätze ich es, ihn zu kennen, bevor er mich besucht. Herr Beutlin? Zu dienst! Ich bin umzingelt von Zwergen. Was wollen die hier? Oh, sie sind eine ganz muntere Versammlung. So, so, das ist der Hobbit. Ihr habt mich gebeten, den 14. Mann für eure Expedition zu finden und meine Wahl fiel auf Herrn Beutlin. Auf mich? Nein, 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 nein. Hobbits kommen an den meisten ungesehen vorbei, wenn sie es möchten, was uns einen deutlichen Vorteil verschafft. Wir ergreifen diese Chance und holen uns den Erebor zurück. Hey, Herr Bilbo, wozu die Eile? Ich ziehe in ein Abenteuer. Mithrande, wieso der Halbling? Wieso Bilbo Beutlin? Hm, vielleicht, weil ich mich fürchte und er mir Mut verleiht. Dies also ist euer Ansinnen? Ihr wollt in den Berg eindringen? Und wenn schon? Manch einer würde das nicht für weise erachten. Eine dunkle Macht hat einen Weg zurückgefunden in die Welt. Wieso? Rätseln wir nicht ein wenig. Und wenn es verliert, was dann? Nun ja, wenn es verliert, mein Schatz, fressen wir es auf. Wenn Beutlin verliert, fressen wir es ganz auf. Einverstanden. Ich würde jeden einzelnen dieser Zwerge dem mächtigsten Heer vorziehen. Treue, Ehre, ein Kämpferherz. Mehr kann ich nicht verlangen. Die Heimat liegt nun hinter euch. Vor euch die Welt. Hat er sich verirrt? Ja. Ja, und ich möchte so schnell wie möglich nicht mehr verirrt sein. Oh, wir wissen's. Wir wissen sicheren Weg, Frau Robitze. Sichere Wege in der Dunkelheit. Sei still. Ich hab nichts gesagt. Mit dir haben wir nicht geredet. Ich habe nichts gesagt. Ich bin außerhalb von dir. Ich bin außerhalb von dir. Ich werde auf die Welt. Ich bin außerhalb von dir.